Hallo, liebe Freunde, zu meinem Infovideo Nummer 2. Ja, ein kleines Infovideo. Es geht um ein paar Dinge, die ich euch erzählen wollte oder ansprechen wollte. Und zwar Punkt 1. Warum kamen jetzt so in letzter Zeit oder die letzte Woche so unregelmäßig Videos? Das lag an folgender Problematik. Und zwar hat sich meine Grafikkarte verabschiedet. Ich hatte da ja mal einen Post geschrieben, aber die ist aufgeraucht und ich musste mir dann erstmal eine neue besorgen. Dann hatte ich noch Probleme mit meinem Prozessor. Der brauchte neue Wärmeleitpaste und so weiter und so fort. Und da gab es einige Querelen. Und in der Zeit konnte ich leider nichts rendern und ich konnte leider auch nichts aufnehmen. Deswegen hatte ich halt nur die wenigen Sachen, die ich schon vorgerendert hatte. Und es waren in dem Fall wirklich nur zwei Paars von Brothers. Und ja, dementsprechend war das nicht ganz so optimal, würde ich mal behaupten. Genau. Das war die eine Sache. Ich verspreche euch allerdings, dass das jetzt wieder besser wird. Also jetzt wieder losgeht im Endeffekt mit schönen regelmäßigen Uploads. Und deswegen wird auch ein neuer Uploadplan ins Leben gerufen von mir. Weil ich halt merke, es wird schwierig, von jedem Projekt jeden Tag ein Paar zu bringen. Das wird wirklich schwierig, weil ich halt dazu nicht so die Zeit habe. Deswegen habe ich mir Folgendes überlegt. Wir werden einen neuen Zeitplan aufstellen. Und der sieht wie folgt aus. Genau. Wir haben einmal die 16 Uhr Zeit und wir haben einmal die 17 Uhr Zeit. Und wir haben einmal den Montag und einmal den Dienstag. Wobei sich das immer wiederholt. Das heißt, der Montag entspricht dem Mittwoch, entspricht dem Freitag. Der Dienstag entspricht dem Donnerstag, entspricht dem Samstag. Der Sonntag, der wird frei bleiben. Da werden keine Videos kommen. Ich brauche ja auch einen Tag, wo ich mal aufnehmen kann zum Beispiel. Genau. Wir fangen einfach mal an mit Montags. Montags, 16 Uhr. Kommt. Let's play a new beginning. Ja. Unser uralt Let's play, sage ich mal, was von Anfang an fast dabei ist. Das wird um 16 Uhr kommen in diesem Slot. Dann um 17 Uhr kommt Brothers, A Tale of Two Sons. Das wunderschöne Abenteuer mit unseren zwei Brüdern. Das kommt immer um 17 Uhr. Schauen wir uns den nächsten Tag an. Da wird um 16 Uhr Let's play DuckTalesRemastered kommen. Kam ja auch schon lange nichts mehr, ne? Genau. Ich weiß ja, ich weiß ja. Wird aber wieder kommen. Und der Part, nicht der Part, der Slot um 17 Uhr wird jetzt gefüllt von Let's play The Stanley Parable. Parable. Ja, ich hatte ja angefangen schon und die ersten Parts ja auch schon hochgeladen. Und dieses Let's play wird den 17 Uhr Slot bekommen. Dann kann ich versprechen, wird es noch ein weiteres Projekt geben. Das wird täglich erscheinen. Das ist schon komplett fertig aufgenommen. Und zwar ist das eine Adventure Map, die ich zusammen mit dem lieben Onkel Morph gezockt habe. Und die ist komplett aufgenommen und wird dann am 1. Januar 2014 starten. Also am Neujahr. Und das geht ungefähr eine Woche. Das sind sieben Parts. Und da wird eine Woche lang jeden Tag ein Video kommen. Ja, das war es soweit von mir. Das wollte ich euch unbedingt mal mitteilen. Und auch, dass es bei meinem Facebook-Konto weitergehen wird oder besser weitergehen wird. Ich hatte das bisher immer nicht so gepflegt. Immer nur zwischendurch mal. Ich habe mir jetzt aber fest vorgenommen, wenn der neue Upload-Plan denn dort ins Leben gerufen wurde, dann wird auch Facebook regelmäßig Einträge bekommen. Damit ihr auch da Bescheid wisst, wenn ich ein neues Video hochlade zum Beispiel. Weil bei Facebook sind die meisten. Und da ist es einfach am schnellsten, würde ich mal behaupten. So, die nächste Woche bin ich im Urlaub. Also gar nicht in Deutschland. Und zwar vom 24. bis zum 29. Da werde ich mal schauen. Da weiß ich noch nicht genau, ob da der neue Upload-Plan schon im Leben ist. Aber ganz sicher startet der am 30. Dezember. 30. Dezember, der Januar. Äh, nicht der Januar. Der Montag. Und da wird der, ja, starten und wird dann auch durchgezogen. Die Slots werden dann weiter verteilt. Das ist einfach die beste Möglichkeit, glaube ich. Dann können diese Slots sich immer abwechseln. Und wie gesagt, es ist nicht nur Montag und Dienstag, wie ihr es hier seht, sondern halt Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag. Ja, liebe Freunde, dann bedanke ich mich dafür, dass ihr mir zugehört habt bei meinen Plappereien. Und wir sehen uns dann in den neuen Videos. Macht's gut und ciao, ciao.